Gut, Herr Moloch, ich habe jetzt den Nachnamen gerade nicht hier, was können Sie denn so? Tanzen vielleicht, Musicals, oder in der Soap schon mal mitgespielt vielleicht auch, wenn es nur eine Kinderserie ist. Vielleicht sollten wir ihm einfach mal ein Kostüm geben? Vielleicht was mit Krawatte? Ja, Krawatte. Ja, ich mache es nicht hier. So, das ist hier. Ich habe Angst, aber gleichzeitig möchte ich auch ein Konto eröffnen. Können Sie uns vielleicht einfach mal ein paar Zeilen aus dem Drehbuch vorlesen? Kannst du? Vielleicht einfach mal ab Seite 5, Zeile 4, die Stelle, da ist sehr viel Gefühl gefragt. Ja, ja. Sie können doch lesen, oder? Ich glaube, er kann nicht lesen. Kann nicht lesen. Ja, gut, Herr Moloch, ich würde sagen, Sie geben uns einfach mal Ihre Nummer und wir rufen an. Ja, oder E-Mail-Adresse vielleicht. Wir würden Sie auf jeden Fall benachrichtigen. Ja, oder? Ja, oder? Wir sind wirklich ein sehr nett. Ja. Ja, oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017